Wir sind gewalttätig. In sexueller und moralischer Hinsicht, wir sind in jeder Weise gewalttätige Menschen. Und weil wir nicht in der Lage sind, das zu ändern, haben wir uns ein Ideal geschaffen, nicht gewalttätig zu sein. So haben wir eine Abstraktion der Tatsache geschaffen, die keine Tatsache ist und versuchen nun, die Nicht-Tatsache zu leben.